Mein Name ist 90s Nights und heute zocken wir hier Stickfight mit You. Und wir haben das Spiel, glaube ich, vor lange nicht mehr gespielt, von daher Hände nach oben und das war voll schwul. Mal sehen wir gleich die besseren Waffen. Ich meine, die Hunde hat doch gerade angefangen. Das Geile ist ja, bei dieser Map kannst du einfach den Boden zerstören. Oh mein Gott, ich habe dieses Messer hier, bitte. Ich muss es aufnehmen, warte mal ganz kurz. Du musst ganz kurz chillen, okay? Der Ninja ist real, der Ninja ist einfach real. Guck dir diese Waffe an, die ist voll krank. Oh nein, du darfst das Messer nicht aufnehmen. Das ist zu geil. Ich habe dich gerade so oft angestochen, das kann nicht dein Ernst sein. Wie hast du gewonnen? Okay, jetzt ganz clean, mein Freund. Wo kommt die erste Waffe? Natürlich auf meiner Seite. Die wollen den Schwarzen direkt ausrüsten. Nein, das wollen die nicht. Boom, oh mein Gott, okay, wow. Ey, ich konnte mich nicht bewegen, glaub mir, ich konnte mich nicht bewegen. Ja, ist klar, hast du diese Waffe gerade gesehen? Wow, die hat dich einfach durch die Wand durchgeschossen. Oh, wow, die Schwerkraft, die Schwerkraft. Oh mein Gott, ich habe die Waffe gerade total verpasst. Ich brauche jetzt unbedingt eine Waffe. Ich kämpfe noch nicht mit der Faust gegen dich. Warte, ich dachte, du wärst One Punch Man. Ich bin nicht One Punch Man, ich bin One Black Man. Oh, oh. Das ist ein Maschinengewehr. Okay, let's go. Warte, 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 warte. Das ist so mies, das Ding ist, du hast einfach... Lass mich auf eine Waffe nehmen. Du bist sowas von laut gerade, oh mein Gott. Oh Gott, da oben ist diese komische Klinge. Diese Klinge ist so mies stark. Aber ich kriege direkt die nächste Waffe. Ich muss da hoch, oh mein Gott. Wieso zur Hölle nimmst du bitte da keine Waffe? Ich meine, ich schieße einfach die ganze Zeit auf dich drauf. Aber das geht nicht. Da oben war diese Ninja-Waffe. Du hast mich einfach... Ich weiß, da oben war diese Ninja-Waffe, aber genau wegen Leuten wie dir. Komm, wir schwarzen immer in den Knast. Das ist ein faires Eins gegen Eins. Aber natürlich kriegen nur wir die Waffen. Oh, oh mein Gott. Okay, die Waffe ist voll nice. Bitte nicht. Oh Quatsch, ich hab gerade einfach keinen Lack, Leute. Ich finde einfach keinen... Okay, okay, ich mag die Map. Ich kann in dieser Map gut laufen. Ich meine, ich bin schneller als... Du bist einfach kein Gegner gerade für mich. Das bist du. Oh Gott, alles ist gut. Das Ding ist, ich muss nicht mal auf dich drauf schießen, obwohl... Was hab ich bitte seit die ganzen Zeit für kranke Waffen? Oh Gott, jetzt fällt da was ordentliches runter. Das gibt's doch nicht, Mann. Ich mach dich gerade so easy kalt. Es tut mir wirklich leid. Du machst mich gerade richtig aggressiv, weißt du das? Es tut mir leid, dass ich dich aggressiv mache. Aber du bist gerade wirklich kein Gegner. Das Ding ist, ich brauch diesmal nur eine kleine Pistel. Mehr brauch ich gar nicht. Okay, ich bin kein Gegner. Ich mein, ich hab die ersten drei Runden gewonnen. Die wirst du wahrscheinlich rausschneiden, wenn ich dich kenne. So, da hab ich wieder den Sieg. Yo, beruhig dich doch mal. Du hast meine Ketten weggehauen. Was zur Hölle ist das hier für eine Waffe? Die sieht voll nice aus mit diesem Liedermann. Ich mach mal einmal schießen. Komm, ich schieße dich auch nicht ab. Oh, oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Aber die kann dich auch selbst treffen. Dadurch ist das selber drauf. Oh mein Gott, er hat gewonnen. Das war voll dumm von dir. Ich bin ganz ehrlich. Weißt du, was jetzt passieren wird? Was wird jetzt passieren? Ich werde den Sieg holen. Du wirst definitiv nicht den Sieg holen. Und in der Mitte war gerade ein Laser, aber der ist verschwunden. Hä? Da oben fliegt eine Waffe bei mir. Nein, nein, nein. Ich glaub, der Laser ist oben noch irgendwie da, obwohl er nicht da ist. Egal, du wirst trotzdem sterben. Was zur Hölle machst du da unten? Willst du dich da unten wirklich verstecken, mein Freund? Das Versteckspiel bringt nicht viel. Tut mir leid, wirklich. Es tut mir leid, ich werde dich jede Runde einfach kalt machen. Ich habe eine Pistel. Ich habe eine Pistel. Oh, das sind Explosionsfässer, oder? Werde ich dir in den Kopf zu sehen. Die explodieren. Das Ding ist, dein Aiming ist halt total bescheiden, um ehrlich zu sein. Ich will jetzt damit nicht pushen und sagen, meins ist gut, aber meins ist halt besser. Ich bin mit meinem Kopf an dieser spitzenen S***. Wow, sowas sagt man nicht. Nein, warte noch mal ganz kurz, wo ich meine Waffe habe. Obwohl, warte mal, vielleicht stirbst du jetzt. Was zur Hölle passiert hier gerade? Oh mein Gott. Ja, Mann. Hast du das gerade gesehen? Die Kiste ist auf mich drauf gefallen. Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe deine Niederlage gesehen. Mein Freund, das war auch das einzige Mal, dass du sowas siehst, weil ich werde ab jetzt nicht mehr verlieren. Ich werde dich einfach nur noch kalt machen. Das Ding ist, du hast hier nicht mal eine Waffe. Die Waffe ist nach oben gebounced. Nein, bitte nicht. Oh Gott, nein, es ist so dämlich. Ich bin tot. Ich bin tot, oder? Ich hasse diese Schlangen so sehr. Ja, ich bin jetzt auch definitiv... Oh Gott. Ich habe einfach zehn Schlangen auf der Map gehabt. Mir war einfach so übertrieben klar, dass ich jetzt sterben würde, weil das war mehr als gemein. Komm schon, die erste Waffe ist für mich. Ah, wo? Das kann ich wieder dein Ernst sein. Jutsu, der vertrauten Geister. Bleib bitte mit dieser Schlange weg. Oh Gott. Das sah gerade so übertrieben krank aus. Glaube ich dir, Mann. Das sah richtig episch aus. Das war so ein richtiger RKO. Oh Gott, bitte hör doch mal auf mit den ganzen Waffen. Ich meine, ich kämpfe doch auch ohne Waffen. Ich würde niemals auf dich schießen. Warte, warte, warte. Du würdest niemals auf mich schießen. Ja, ich sagte, ich würde niemals auf dich schießen. Ich benutze lieber ein Messer. Boom. Oh Gott, was soll das? Ich habe hier die Waffe extra gedroppt. Ich dachte, das ist ein Zeichen der Liebe. Aber nein. Nein, es gibt keine Zeichen der Liebe. Das Ding ist... Der Weiße, Mann, benutzt ein Gewehr. Er kommt nicht in den Knast. Der Schwarze, Mann, benutzt ein Gewehr. Er kommt in den Knast. Was ist das für eine Logik? Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine grauenhafte Welt? Oh. Alles ist gut. Ich werde dich einfach einfrieren. Oh Gott, ich kann eine Waffe sogar einfrieren, oder? Meine Waffe. Die funktioniert? Was? Ich dachte, die funktioniert nicht mehr. Weißt du, was bei mir einfach stand? Da stand einfach Riggity Racked. Riggity Racked. Das hört sich an wie so ein cooler Remix. Riggity Racked. Oh mein Gott, ich habe voll die geile Waffe. Ich kann dich voll verbrutzeln. Oh Gott, du wirst sterben. Oder nein, du lebst noch. Wie zur Hölle kannst du noch leben? Du musst sterben. Du bist jetzt in der Labe. Wie viel Leben hast du eigentlich? Ich meine, du bist gerade so hart verbrutzelt. Du müsstest normalerweise schon schwarz sein. Ich habe dich einfach mit der Spitze des Speeres durchlöchert wie sonst was. Ja, und? Ich habe dich einfach eingeräuchert. Und du lebst immer noch. Okay, Sperrkampf. Wir machen einen fairen Sperrkampf. Okay, wir dürfen keine Waffen aufnehmen, ja? Keine Waffen außer den Sperr. Los. Boom. Ah. Dieser Junge hat einfach mehr HP als verstanden. Oh Gott, nein. Ja, wir dürfen keine anderen Waffen aufheben. Hat mal so ein weiser Mann gesagt. Ich wollte dir einen epischen Kampf bieten. Warte mal, explodieren die Häuser? Was passiert dir gerade? Die explodieren. Oh, man kann auf die Windmühle drauf. Was zur Hölle? Ich glaube ehrlich gesagt, der Rückstoß tötet dich. Ey, meine Schlangen haben mich einfach verraten. Nicht deine Schlangen, nein. Der Rückstoß hat dich verraten. Kann ich den Laser drehen? Oh, der dreht sich von alleine. Oh, mein Gott. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Oh, ich bleib hier unten einfach mal am Warten. Weißt du, was ich mache? Ja, du brauchst dich auf mich zu schießen. Du bist ja asozial. Oh, oh, oh. Warte mal ganz kurz. Wem gehört die Waffen am Ende? Nein, sie gehört dir. Ah. Die beam. Ah. Lass mich bitte am Leben, mein Freund. Ich meine, es gibt doch so vieles, was ich... Ah. Puh, Leute. Das warst ja nicht mal du. Das war dieser riesige Laser. Mit meinem Aiming kannst du dich leider nicht messen. Oh Gott. Alles ist gut. Nein. Nein. Oh. Nicht sterben. Alles ist gut. Wir kriegen das schon hin. Auf der anderen Seite ist so eine geile Waffe. Die hätte ich so gerne. Was war das hier nochmal? Es war dieses komische Ding. Oh, das ist voll geil. Wenn das einmal treffen sollte, bist du am Pro. Komm, stirb. Ich habe gerade so geile Eitel. Ah. Ich glaube, du bist tot, oder? Bist du tot? Nein, du lebst noch. Wie zur Hölle kannst du noch leben? Du hast keine Chance zu gewinnen. Es tut mir leid. Hä? Wie zur Hölle hast du gerade gewonnen? Gute Frage. Wie zur Hölle hast du gerade gewonnen? Aber egal. Ich würde jetzt mal sagen, letzte Runde entscheidet das Game. Okay. Okay. Letzte Runde entscheidet. Ja, letzte Runde entscheidet, mein Freund. Da gibt es kein 3-2-1-Go. Warte, das zählt nicht. Wieso zählt das nicht? Okay, doch, das zählt. Ausnahmsweise hast du gewonnen. Ich kann dich gerne auch nochmal racken. Das ist kein Problem. Als ob du jetzt so ein Gegner für mich wärst. Ebenmann. Oh, warte. Eine Schlange. Oh, da kommen Schlangen raus. Hä? Ich muss ehrlich sagen, in der letzten Runde war ich einfach gar nicht konzentriert. Aber ich hole mir jetzt den Sieg. Ja, keine Sorge. Du holst dir diese Runde auch nicht den Sieg. Ich hole den Schlangen für mich denn nicht. Da gibt es sogar noch viel, viel mehr Schlangen für dich. Noch viel, viel mehr. Womit hab ich das noch verdient? Aber Leute, das war es jetzt erstmal mit der Folge. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Wir haben noch eine Folge Stickfight by Siouxs Kanal aufgenommen. Oder auf Siouxs Kanal aufgenommen. Was ist jetzt das richtige Deutsch? Jedenfalls ist der Link zu seinem Kanal in der Beschreibung. Und bis morgen, Leute. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was davon das richtige Deutsch war. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare.